Was kommt hier hin? Ich bräuchte Blei. Da muss ich eines zerstören. Jetzt werde ich da was drin geplomst. So, Blei. Bei Uran ist ja auch nichts zu machen, es wird einfach nur zerstört. Da könnte ich eigentlich auch ein Kabel dranhängen. Wir gehen immerhin schon auf. Fast 80 hoch. So, der ist voll, der ist voll, der ist voll. Der ist inzwischen auch voll. Der ist auch voll. Der ebenso. Aha, schon alles voll. Das waren echt alle CSU. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann 2. Ja, könnten wirklich alle gewesen sein. So. Hier. Der ist zerstört. Der ist zerstört. Der ist jetzt. Der kommt wieder hier rein. Steinstaub kommt auch hier rein. Du kommst hier rein. Du kommst hier rein. Und dann rein. Die ist mit der Steine. Die Steine nehme ich mit. Oder weil das braucht werde ich hier gleich ein paar Rohre herstellen. So, Pflästersteine. Mhm. Genau. Diese drei kommen noch aus. So, Gold. Und Eisenstaub. Jetzt bräuchte ich, so kann ich eh direkt drauf klicken. So, Rezepte. Jetzt muss ich sie noch finden. Was ist Kupfererz? Aha. Was nicht der Quarz kriegen wir? Lithiumstaub raus. Was mache ich hier mit Lithium? Was mache ich hier mit Lithium? Hm. Naja. So. Was ist das hier? Weisenerz. Das ist Uran. Bleierz. Da wäre fast eine ... Ne, ist egal. Eigentlich könnte ich das Bleiteile gleich zu Staub machen. Ne, ich lasse es in Baren. Das ist ein ... Ne, ist das ... Ne, ist das ... Ne, ist das. So, hier das Bleiherz. Sind die schon eingestellt? Toll. Ja, die sind eingestellt. So steht das Bleiherz. So, gereinigtes, zerstörtes Bleiherz. Und schwarz haben wir winziges Häufchen. Ach, das lass ich hier sogar schon rausgehen. Wo geht denn das hin? Toll, die können hier gar nicht. Ist das eher lang? Hier haben wir eine Fackel hin. Ne, der geht irgendwo hier oben lang, okay. Mhm, der geht da oben rein, okay. Hier kommt auch mal eine Fackel hin. Nicht, dass hier Mops kommen. Hier ist eine hässliche Wand drinnen. Hm. Dann werde ich mich hier wieder hocharbeiten. Ha, kann ich ja gar nicht. So. Okay, der kommt hier hin. Ja, toll. So, müsste ich mir noch drei holen. So. So. So geben wir vor, was gemacht werden muss. Und da wird dann überall eines draufgelegt, wenn es reinkommt. Und, ja, werden hier dann zwei stehen. Dann macht ihr die selbst. Damit hergestellt. Dann werden sie rausgepumpt. Wo pumpe ich denn das hin? Die kann ich an die Werkstatt reinpumpen, okay. Das heißt, dann gehen wir hier in die Höhe auf jeden Fall. Da weiß ich, dass das in die Werkstatt reinpumpen muss. So, da. Dann. So, da. So, da. So, da. So, da muss ich da jetzt ein paar Zähne machen. So, das ist auch ein paar Zähne hochgelegen. Das ist schon die Zähne hochgegitt. So, das So, da muss ich ja auch einfach ein paar Zähne hochgegeben haben. So, da muss ich das dann ein paar Zähne ziehen. Ach, auf der Unterseite kann ich das machen. Zack, zack. Hier. Weil hier verläuft eh kein einziges Gerät. So, das ist der Recycler. Was verläuft denn hier unten? Ach, das ist ja der Müll. Genau. Der Rest. Hier brauche ich jetzt den da. So, hier kann ich zumachen. Hier kann ich überall zumachen. Bis auf hier. So, verdammt, da verwendet er sich mit beiden Seiten, ja. Hier kann ich ihn auch nicht, d.h. ich muss ihn von oben runterpflanzen lassen. So, da. So, da. So, da. So, da. So, da. Ups. Ups. Ich kriege nicht hier fest. Ich kriege nicht hier fest. Hier, 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 hier. Ich kriege nicht hier fest. Ich kriege nicht hier fest. Ich kriege nicht hier fest. Ich kriege nicht hier fest.